Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, atmet tief ein und blast schön geradeaus und ersetzt das durch das Händeklatschen, denn wir sind wieder zurück mit einer wundervollen neuen Folge von Thimbleweed Park. Und ja, wir sind unterwegs mit Franklin, unserem Werten-Supergeist hier, der ein paar Aufträge hat. Er ist ja tot mittlerweile, das ist natürlich ziemlich doof. Und wir sollen jetzt insgesamt zwei Personen an diesem Brunnen, glaube ich, erschrecken, oder am Wasserspender? Ach, am Wasserspender. Ach, gut, jetzt verstehe ich das, wa? Na gut, dann würde ich mal sagen, spritzen wir mit dem Trinkbrunnen. Hm. Ah, das ist ja schrecklich. Okay, spritzen wir doch mal diese Brunnensockel. Okay, da können wir nur das machen. Ähm, also eine weitere Person. Am Wasserspender, wir müssen sie wirklich am Wasserspender erschrecken. Das ist ja schrecklich. Ähm. Okay. Können wir ihn zappen? Nein. Äh, okay, 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 okay. Ähm, wir können ja wieder spritzen, oder? Aber ich glaube, das bringt uns nicht viel. Äh, ich habe da eine Idee, wer es benutzen könnte. Okay, nutzen wir die Fahrstuhlknöpfe und fahren wir runter in die Lobby. Ah. Oh, warte, mir fällt was ein. Wir können durch Türen schweben, nicht wahr? Okay, okay, komm. Das war eine Idee. Okay, nutzen wir den Trinkbrunnen. Ich würde gerne auf Franklin wechseln. Aber das kann ich scheinbar natürlich nicht. Okay, äh, es bringt nichts, wenn sie direkt da steht, ne? Okay. Ja. Haha. 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 Oh, es ist nur die Fountain, Abu? Es ist noch nicht wahr, dass die Plummen abu sein zu sein, Abu. Passable. Ich bin froh, dass du es in dir hatte. Zeit für ein anderes Ghost-Meeting. Clara, Vergil, komm hier jetzt. Vergil, gut Arbeit auf der Tür. Das sollte es für heute machen. Er, sich selbst, ihr Vollidioten. Naja, er fährt ins Penthouse. Ich habe es mir schon gedacht. Da hockt also der Obergeist im Penthouse-Line. Also, wir müssen nochmal mit Dolores reden und zu Chucks Grab fliegen. Okay, okay, äh... Achso, das stört ihn gar nicht. Okay. Was macht er da am Computer? Der beobachtet die ja wirklich. Okay, also, wir können jetzt erst mal das Hotel verlassen. Wir haben den Passport. Mein Foto der Leiche. Wir brauchen, glaube ich, nur noch die Mordwaffe, nicht wahr? Oder wir können heraus... Ne, wir wissen ja schon, wer es ist. Oh, bro, wir brauchen noch eine Blutprobe der Leiche. Oh Gott, oh Gott. Ähm, wie kommen wir denn an die? Ähm... Hast du irgendwas für eine Blutprobe dabei? Ne, ne? Doesn't look like it. Okay, dann gehst du mal bitte in den Bezirk. Und mach sich auf zum... Alten Zirkus. Heilige. Das sieht, äh, ja... Schick aus. Hm. Tickets 25 Cents. Nett. I might like it here. Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, das ist die Klingel. Ja, das sieht ja nicht mehr so ganz danach aus, ne? Äh, gut. Nutzen wir doch mal bitte die Clown-Suppe. K-K-K-K-K. What's the matter, kid? Never seen a man wearing makeup before? N-N-N-ni-n-ni-n. Look, mauvais. You better start talking or get out of here. I don't need another colrophobic wet pissin' his pants on my doorstep. Sorry, sir. I don't know what's come over me. Ja,ите. Jace, kid. Was ist los mit ihm? Wir sehen uns wie es geht. Was wissen Sie über das Körper? Was wissen Sie über das Körper? Wir haben ein Körper über die Brücke gefunden. Wir sind unterscheiden und ich habe gesagt, dass Sie ein paar Informationen für mich haben. Nein, ich habe schon gehört, aber ich habe gedacht, dass sie nach der Mansion-Mansion gehen. Das ist wo die meisten von das was passiert. Was wissen Sie über die Mansion? Du willst wissen über die Mansion-Mansion? Du musst mit einem anderen Idiot sprechen. Ich stehe zu mir und die Stadt-Folk verlassen mich allein. Danke. Ich bin nicht überrascht. Ich nöte Geld hier. Und ich kann nicht woanders nachher, nachdem meine Ex-Winfe mich für alles ich hatte. Wir hörten Sie nicht mit den Lokalen? Given meine Creepie-Klown-Face und Paul-Schonk für Abussehbe-Name-Calling Es hat mich nicht eine populäre Community-Figure gemacht. Nein. Aber ich brauche nicht die Validation dieser kleinen Stadt-Losers. Ich bin Ransom, der ***-Klown. Ich war auf der ***-Tonight-Show. Ich bin ***-Greight. Bist du. Du warst bei Wetten, dass... Ich meine, hey, oder bei der Tonight Show. Wow. Da war noch nie jemand. Chuck? As in Chuck? My factory is too good to make... Toys, Edmund? Didn't know the Papa's ****** Well, myself. But I knew his brother Franklin. Weedy guy. Total ******. Scared to stand up to his big brother. Even though the family business was in the crapper. How do you know Franklin Edmund? We were supposed to go into business together. My act was about to go bigger than ****** Jesus. I was a hit on the Tonight Show. I was on my way to the top. So we figured why not cash in with a little ****** merchandising. Franklin wanted to get the pillow factory into making toys. So it seemed like a good fit. What kind of toys were you planning to make with Franklin? Jeez. How do you get by in life without brains or beauty? Isn't it ****** obvious? We were gonna make Ransom the Clown insult dolls. Ah, wunderbar. It would have been great if Franklin hadn't bailed on me and gone missing before we signed the contracts. I could have been rich by now if that little toady ****** had grown a backbone. Don't go anywhere. I'll be back. Whatever Pencilneck. Not like I'm going anywhere. But you're not getting inside without a warrant. Okay. Das war also Ransom der Clown. Gut zu wissen. Was können wir uns noch anschauen? Den Wanderweg. Die Edmund Mansion Mansion. Verlassen Fabrik und den Radiosender. Gehen wir doch mal in Richtung Radiosender. Immer schön der Reihe nach alles. Ja. Abklappern. Kiss gum. Ah ja. Ah ja. Okay. Warte mal. Warte mal. Mir fällt gerade was ein. Ich habe glaube ich was vergessen. Das möchte ich gerne noch überprüfen. Und zwar... Keine Bullen ohne Haftbefehl. Das ist neu. Es sagt, no feds without a warrant. Ich habe noch gar keinen Staubkorn hier gesehen. Na, wo könnte denn eins sein? Etwa da? Nein. Das ist einfach nur ein Pixel, der etwas falsch platziert ist, wie mir scheint. Genau wie auf der anderen Seite. Gut. Dann habe ich das Staubkorn wohl entweder nicht gesehen oder es ist nicht da. Gehen wir einfach mal weiter zum Radiosender. Da sehe ich aber auf jeden Fall ein Staubkorn. Es sagt, Phonetron 3000. Für wenn du hunderten Telefonkorn hast. Okay. Wir haben einen Funkturm hier hinten. Auch interessantes Gebilde. Okay. Okay, okay, okay. Das müssen wir also mit einer anderen Person machen. Scheinbar, weil der wäre der Herr das nicht möchte. Das ist in Ordnung. Ich wollte mich nur da hinten umschauen. Dann gehen wir mal ins Gebäude hinein. Ah. 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 Und jetzt zurück zu unserer speziellen Hostile-Takeover-Song. Herrlich. Es ist ein Turn-Table. Ich erinnere mich, das Poster. Es gab mir Nachtmärchen. Boogie Down. Macht auf jeden Fall sehr schön. Macht sie auf jeden Fall sehr schön. Verzeiht mir ganz kurz. Ja. Geht voll ab der Song. Ich weiß. Ich weiß. Interessante Playlist. Tune ahead by Razor and the Scamettes. Then Tune ahead by Razor and the Scamettes. Followed by Tune ahead by Razor and the Scamettes. Und mit Tune ahead by Razor and the Scamettes. Und finally Tune ahead by Razor and the Scamettes. Das klingt so, als würde mir das sehr gut gefallen. Looks like the radio station is on the air. Okay. Ähm. Wahrscheinlich könnten wir. Okay. 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 Dann doch nicht. Dann gehen wir einfach mal wieder raus, würde ich sagen. Erst einmal. Äh. Aber das kann man bestimmt später nochmal gebrauchen. Äh. Gehen wir in Richtung verlassene Fabrik. Ah ja. Wo ist das? Staubkorn? Hier ist ein Staubkorn. Da! Bitte? Oh. Das ist ja... Das ist nicht mal da. Das war nicht mal da. Ich habe einfach nur zufällig meine Maus drüber gehalten, um hier zu gucken, ob man irgendwas anklicken kann. Oh. Das ist böse. Ah ja. Ja, ich finde es schön, dass sie es auf Deutsch alles nochmal aufgeschrieben haben. Also wir können nicht hindurch. Natürlich. Denn es ist abgeschlossen. Also müssen wir zu Safely First Savings, die jetzt wahrscheinlich aber auch wieder zurück sein werden. Äh. Dann gehen wir nochmal in Richtung Wanderweg. Und nehmen das... WAH! What the? WAH! 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 The Thorns on that bush are razor sharp. I hope I don't bleed out. Und... Alta Schwede! Sehr grausam das Spiel. Ach... Hier geht's wieder zurück, ja? Danke auch. Okay, ich glaube Da kommt man Wesentlich später Vielleicht mal vorbei Was hat das mit diesem Pizza-Guy auf sich? Aber die kann man bestimmt irgendwann mal für irgendwas benutzen Gut, gehen wir zurück zur Landschaft Und begeben uns in Richtung Mansion Da, wo die Mansion leben Ach, Graham ist auch wieder da Immer noch da, würde ich eher sagen Benzinkanister Okay, okay, okay Soll er machen Dann gehen wir doch mal zur Vordertür Ich weiß nicht, ob irgendwo klingeln können Und äh Surprise, surprise Wir können jetzt mit allen Charakteren spielen Bisherigen Charakteren zumindest Das wird Verwirrt Und anstrengend Und umständlich Aber hey Das machen wir in der nächsten Folge Ich hoffe, diese Folge hat euch dabei gefallen Ich versuche es mal ganz kurz Ich hoffe, wenn es euch dabei gefallen hat Lasst es mich wissen Kommentare, Daumen und so Und wenn ihr ganz viel Bock habt Könnt ihr mich auf Fächeln unterstützen Und das war es auch schon Ich glaube, ich werde das Ich kann das eigentlich nicht Das ist merkwürdig, das zu sagen Aber eigentlich müsste ich es sagen Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, mein Lieben Macht's gut und Ciao, ciao Und don't forget to dig Ihr magst zu graben Schön Also, ciao, ciao